... Projekte ausgezeichnet, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Das macht unglaublich Spaß. Und ja, auch so, wenn der Wiedererkennenswert hier ist, da ist, so wie heute, die sich wirklich auch freuen, den Hund zu sehen. Die Lüge hat ja auch Spaß, aber für die ist das auch kein Stress. Die Nachfrage ist so groß, dass die Ehrenamtlichen noch Verstärkung brauchen. Der Westen hilft mit einer Rekordsumme weltweit Müttern in Mut. Mehr als 11 Millionen Euro sind bei der großen WDR Spendenaktion zusammengekommen. Den Löwenanteil erbrachte das WDR 2 Weihnachtswunder.